So liebe Leute, willkommen zum ii Cup der Abenteuertour 2023 und wir starten durch mit unserem wunderschönen braunen Mii Outfit und dem wunderschönen Blooper Shuttle Ja, das eine Auto, das... Ja, das habe ich natürlich nicht gekauft Das deutsche Auto Das wäre natürlich für die Strecke hier, weil auch das Auto hatte... Ja... Da ganz oben, bei dem Top Aber ich habe gesagt, nee, das brauche ich nicht Weil das mich an die Zeit erinnert von... Ja... die wir lieber vergessen wollen in Deutschland Wenn wir noch hier dieses braune Mii Outfit haben Das ist dann... Ja... Doppelt so schlimm Deswegen habe ich gesagt Nehmen wir jetzt dieses wunderschöne Blooper Shuttle Mit dem braunen Mii Outfit Ja... So... 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 Und wir haben es geschafft Auch ohne unser H-Auto Auch ohne unser H-Auto Und das ist dann nicht irgendwie so ein schönes Auto aus der Hitler Zeit Deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht So... Das dazu... Mal gucken, was haben wir jetzt hier noch Nehmen wir mal jetzt unsere Yukata Desi Ne... Und... Mal gucken, was haben wir hier noch... Schönes... Ähm... Ja... Ich würde sagen, nehmen wir mal dieses Ninja-Auto hier Ne... Dieses Samurai-Auto ist das, ne... Samurai-Auto mit... Dem wunderschönen... Schirm... Ne... Aus der Winter Tour 2023 Ein Abbild... Des... Ja... Was war das auf dem Schirm? Von Bangkok, ne... Aus der Bangkok Tour So... Z Kind Sack, wie gesagt... Hier we go! Und wir fliegen! Oh, guck mal hier, richtig geil, ne? Daisy! Volle Daisy Power hier. Ja! Nioho! Ja! Oh oh! Ja! Ja! Yippee! Ja! Ja! Oh oh! Oh ja, sicher ey! Sicher, sicher Leute! What? Oh! Wie krass ey! Oh! Der goldene Knochen trocken mit dem Weltraumfahrzeug. Ich werde verrückt. Jetzt werde ich noch richtig fertig gemacht. Hätte ich doch mal jemandem braun nie genommen. Nein! So! Gut, haben wir das erledigt. Auch wenn wir dritter Platz gewonnen sind. Hat trotzdem Spaß gemacht, die Strecke. So, dann haben wir jetzt noch den Battlekurs vor uns. Und für den Battlekurs würde ich sagen, nehmen wir... Äh... Lass mich mal gucken. Nehmen wir unser Eiskrimi. Wovon wir mal gesprochen haben. Mit... Mit... Mit der goldenen Ananas. Ne? Oder gelben Ananas, besser gesagt. So... Und dann gibt es noch dazu... Gibt es dennoch hier diese wunderschönen, fruchtigen Wolken. Ne? So... Damit es ein fruchtiger Kampf wird. So... Okay... Kickslunch. Kicksl! So... Auf geht's. Der wird mir ein Mario.... Weil er will sich das. Ja... Eis, Eis, Baby. Und, wir haben es geschafft. Erster Platz. Das war ja mal ein Sieg. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe den irgendwie so durchschlitzt und zack. Erster Platz. Ja, man braucht nicht unbedingt eine braune Mine. Man kann das auch so schaffen, wie ihr seht. So. Gut. Damit haben wir den Iggy Cup durch. Und als nächstes folgt der Toadet Cup. Also bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.